hallo und ein herzlich willkommen freunde hier zur yokai watch ja weiter geht es in action hier wir haben so ein bisschen die mission gemacht müssen wir auch mal tun und ja ich glaube wir gehen jetzt mal das hauptbisschen weiter gucken was wir als nächstes machen müssen wir wechseln immer ein bisschen ab mit hauptmission normal mission ist es kommt ganz gut denke ich mal oder was meint ihr was ist denn hier los was denn hier los du hast eine fliegende teller gesehen nicht einmal eine untertasse das ist die wahrheit ich hab's gesehen ich schwörs dir fliegende teller als nächstes erzählst du mir von grünen männchen du musst es mir glauben du guckst du will fernsehen ach ja hast du eine neue folge aufgenommen angeblich haben kappers eine kahle teller in stelle vielleicht ich glaube du hast den nagel auf den kopf getroffen easy yokai werden oft nicht vollständig unsichtbar wenn sie schwach sind vielleicht war der kappa zu müde um seinen teiler verschwinden zu lassen da ist er bestimmt noch irgendwo am ufer sollen wir mal nachschauen auf jeden fall nutzt die linse am flussufer was wenn der hd comic book ist einfach unglaublich lustig der will gar nichts okay hallo wie könnte es mein kleines kind mit einem großen problem helfen so mein so genannte freund ist mit einem comic book abgehauen ich habe ihm gesagt er soll es zurückgeben aber er weigert sich und ich habe es noch nicht mehr gelesen kannst du es bitte für mich zurückholen ja ist der jünger dahinten er ist gleich darüber ein automaten ich bin mein comic buch zurück und erlaubt es jemals kommt wegzunehmen kein karl ist die liegt die so um die muss ich wohl mal ein erstes wörtchen reden also ich meine das würde ich wenn er mich sehen könnte der comic buch die okay dann hauen wir auf die mütze haha das bist du dann ich habe es nicht gekauft sondern geklaut hat mein blut in blutlerin guter in situation sagt mir dass das das comic buch die bis also los geht das erste wird hier mit ihm über das wir gesprochen haben was willst du willst du dass ich diesen tollen comic her gebe ich wollte es und habe es mir genommen das nicht schlimm oder übrigens coole uhr ich will sie ich will ein uhr ich muss sie habe ich will alles hier ganz klar etwas komisches vorsicht fühlt sich alles ein hier an juka am werk sehen wir uns mal um ja und wo ist der juka hockt auf sicher auf da ist er da ist er hab dich erdeckt zack da bist du die pizza gefunden ist die pizza ich nehme alles was ich werde sie cooler schnapp ich mir so vor dass ich die pizza ein juka der alles die bitte was er wirklich haben will und ich habe mir diesen juka butler werden weißt du was egal verzeihung egal was willst keinen erstklassen butler clown ist eine sache aber unhöflichkeit ist zu viel schnappen wir uns okay dann attacke sagt es sagt es angriff mit rumgeheule attacke boom ah komm er ja auf zack zack nein ich kann nicht mal aber es reicht angriff diese mal kopfnussknall boom bam erste down jetzt mal reinigen zack 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 z Nein, 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 komm, Treffer, wuhu, komm, jetzt mach ich einfach kaputt, komm, brauche ich nicht für ihn, ah, komm jetzt, gib mir mal ein bisschen hier Damage, ich will jetzt nicht noch irgendwas einsetzen, tschudu, zack es, komm, geht doch, Mann, gewonnen, und Levelaufstieg, yippie, passt, CES Bonbon und der kleine Fiesling, gut, die Pizza Besehnung bringt Leute dazu, Sachen von anderen klauen zu wollen, gut, jetzt können wir den Jungen dazu bringen, den Comic zurückzugeben, hä, was mach ich denn, hä, das Comicbuch hört mein Freund, was habt ihr jetzt bei mir zu suchen, ich hab es ihm geklaut, nein, ich klaue doch nicht, was ist los mit mir, äh, könntest du ihm für mich zurückgeben, bitte, ich muss über meine Taten nachdenken, entschuldige mich noch, äh, ein Wort, Comicbuch, danke, wir haben das Comicbuch wieder, geben wir es dem Eigentümer zurück, hey, hast du mein Comicbuch zurückbekommen, ja, überreicht Comicbuch, Juhu, danke, mein Freund meint, er könnte später mit zu mir, um mich zu entschuldigen, naja, dann werde ich mal nicht nachtragend sein und ihm verzeihen, wir beschrechen das Bild aneinander, ich möchte mit ihm befreundet bleiben, hervorragend, sieht ganz so aus, als ließ sie ihre Freundschaft retten, ich würde sagen, wir haben hier eine gute Tat getan, Juhu, bam, bada bababam, gut gemacht, abgeschlossen, ja, wow, waren das Erfahrungspunkte, what, ha, Geister, Talisman und eine Bonusszene, Das kennen wir ja schon, oder auch nicht, ach, gibt es von verschiedenen Szenen, einfach verschiedene Möglichkeiten, was passiert ist, hey, das ist interessant, aber jetzt sollten wir erst mal am Ufer nach einem Kappa suchen, Hä, ist irgendwo was, hä, irgendwo ist ein Fragezeichen, ah, ist das hier, hier ist doch was, hä, hier ist doch ein Kappa, hallo, Ah, hey, Wanda Kappa gefunden, na, das ist Wanda Kappa, er gehört zu den Kappa-Yokai, er sieht echt müde aus, ich zweig zwar könnt mich sehen, wer seid ihr, ich bin easy, bist du okay, ich weiß nicht, ich habe gerade für das Kappa-Schwimmturnier trainiert, ich war so in meiner Training vertieft da, ich habe mich wohl vergessen zu essen, Ich bin am Verhungern, aber ich bin so schwach, hätte ich nur einen Fisch, oh, das ist richtig schlimm, Ich kann nicht verhungern, nicht mehr wägen, könnt ihr noch einen Fisch essen, wenn ihr mir irgendwo einen fangen könnt, würde ich alles für ihn tun, Hast du auch was über manipulierende Tendenzen bei Kappas gelesen, ich würde gern helfen, aber ich habe nicht mal eine Angelrute, Würdest du mir einen Fisch fangen, wenn du eine Angelrute hättest? Klar, spitze, ich habe ganz geschuldig eine Angelrute dabei, Angelrute, yay, erhalten, ich hätte gern drei Karpfen, bitte, muss auch nicht die seltene Art sein, ich bin mit einem normalen zufrieden, Du solltest hier im Fluss ein paar gute fangen können, und ich dachte, dass wir hier nur meinen Gefallen bitten wollen, Na, ich weiß nicht, ob das eine Bitte war, aber lass uns die Karpfen fangen, alles klar, dreimal Karpfen kommt sofort, Wenn du in der Nähe vom Wasser siehst, kannst du für dort ein Fische fangen, Ah, fange aber an der Kappas drei Karpfen, Hallo? Hier neben dem Fluss kann ich viele Karpfen fangen, ich kann nicht drei bitte, Okay, wie hier am Fluss, da unten wahrscheinlich, ne, hier kann ich nicht, hier, ich kann doch hier, So kann ich hier nicht verwenden, ich will auch, Okay, Ich will auch, Inventar, Äh, Items, Nutzen, gehen nicht, Nichts besonderes, So, wenn wir hier grad mal drin sind, waren wir mal, Items, ist sozusagen, weil das aber, Ich kann hier ein paar Sachen, ja, Okay, Geist, Abwehr, Tempo, Tempo erhöhen, Ist okay, Wo kann ich hier, Da, wo der steht wahrscheinlich, ja, Du hast da angeholt, jetzt kannst du hier Karpfen angeln, Ne, kann ich eben nicht, Darf ich ihn nicht, Ah, hier, Okay, Und, los, Will einen Karpfen fangen, Zack, Passt, Karpfen erhalten, Ja, Nächster, Zack, Und, Natürlich habe ich es nicht, Hier ist sonst nix mehr, Ah, doch, Da, Karpfen, Komm, Komm, Ey, Ist egal, wo ich drück, ist doch eh wurscht, Ah, okay, Cheating, Cheating, Karpfen erhalten, Hier gibt es nichts mehr, Okay, Dann gehen wir wieder, Da, Wow, Was ist das, Was Großes, Äh, Wäre ja Wunder, Hätte ich es geschafft, Wäre echt ein Wunder gewesen, Was ist das, Ein Karpfen, Ein Karpfen, Ey, Das gibt's, Nicht, Was, Ziemlich verarschen, Mann, Ich bin so schlecht, Aber den habe ich, Ja, Zack, Ein Karpfen, Ist hier noch was, Schwimmt doch noch irgendwo was, Egal, Ich will aber einen Karpfen haben, Irgendwas ist hier, Hier kann ich, So was fangen, Langkopf, Heuschrecke, Was auch immer das bringen soll, Tino, Neue Karpfen, Bei mir die Karpfen irgendwas, Das ist die andere Frage, Das ist die, Natürlich, Genau, Immer so, Dein Ernst, Immer so knapp, Ja, Karpfenhallen, Ich weiß, So ein großer Fisch, Wäre geil, So ein großer Fetten, Weiß zwar nicht, Was der bringen soll, Gibt's gerade keinen, Mann, Boah, Den auch voll schwer zu fangen, Aber, Ich habe ihn, Ja, Aju, Was ist ein Aju, Das ist ein Karpfen, Alles Karpfen, Weiß ich nicht, Was ein Aju ist, Jetzt gucken wir hier noch einmal, Was es was Großes gibt, Das ist auch was Großes, Genau, Millimeter, Willste mich verarschen, Okay, Scheiß auf Fischen, Ihr kein Glück, Hey, Kappa, Na, Hab ich ein Kappakohldampf, Ein Königreich für einen Fisch, Hast du ein Glück hier, Ich habe welche für dich, Bitteschön, Überreicht drei Karpfen, Sieht lecker aus, Danke, Lass uns Freunde sein, Na gut, Hat anscheinend wirklich richtig Hunger, Was? Danke, Ich hatte ja eigentlich auf Sushi gehofft, Aber das ist auch in Ordnung, Wusste nicht, Dass es solche netten Menschen gibt, Jetzt bin ich wieder voller Energie, Wie kann ich ihn nun bei euch bedanken? Na ja, Wenn du schon fragst, Ich bräuchte einen guten Schwimmer, Ich muss etwas im Welsweiler finden, Kannst du mir helfen? Klaro, Einen Kuchen leicht, Ich helfe dir sehr gerne weiter, Gut, Bäms, Wir sind jetzt Best Friends, Du hast mit Wunderkappa angefreundet, Wunderkappa, Quark, Quark, Na, Und eine Medaille, Zack, Passt, Du kannst dir ja die Medaille angucken, Das ist gut, Wir haben ja einen wertvollen neuen Freund, Easy, Ich hoffe, Ich kann ja uns helfen, Diesen Ring zu finden, Lass uns zum Weltzweih gehen, Und es rausfinden, Okay, Für den Ringen im Weltzweih, Das ist die Frage, Da unten, Da unten ist auch noch Mission, Also, Kleine, Neemission, Was ist da los, Der passt sich auch schon wieder fast vorbei, Ist ja unglaublich, Ach, Da brauche ich einen, Da unten ist einer, Da unten ist einer, Du ist immer langweilig, Du ist immer, Du ist immer, Du ist immer, Was ist hier, Ein simpel, Den brauche ich doch, Simpel, Möchte ich, Geimpfen, Zurück erst mal, Zurück erst mal, Ziel, Items, Legner geben, Ja, So, Dann, Attacke, Zack, Und, Zack, Angriff, Mach's alles platt, Mit Zippel, Aus Schnitt, Zack, 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 Bam, 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 Beide down, Gewonnen, 13 Erfahrungsbele, Und Fluchthelfer allein, Yeah, Simpel, Will sie uns anschließen, Lass mich dein Schattenmann sein, Mit Zippel an, Freundin, Jupp, Simpel, Juppie, Den haben wir nämlich gebraucht, Und eine Medaille, Zack, Neue Medaille, Okay, Dankeschön, Was ist die Frage, Könnte ich hier, Du ist immer, Oh Mann, Du ist immer, Will auch noch unbedingt aufs Maul, Na dann, Zack, Es, Ich sag gar nichts, Zack, Machen wir die schnell kaputt, Die drei brauchen wir ja nicht, Bumgeheule, Zack, Erfahrungspunkte nehmen wir mit, Der ist Simpel, Kaputt, Okay, Ja komm, Zack, Und Nummer zwei down, Patsch, Komm, Hau sie, Kaputt, Und tschüss, Das ist immer, Juppie, Erfahrungspunkte, Und passt, Und ein Item, Bronzepuppe, Da kann ich rein, Hä, Kann ich jetzt öffnen, Geil, Neues Plätzchen, Ah, Da kann ich jetzt runter, Wow, Was ist hier, Ist hier geöffnet, Türen öffnen, Okay, Sonst ist ja eigentlich auch nichts, Also einfach nur ein Weg, Dass ich nach unten kann und so, Okay, Jetzt können wir noch kurz, Ich will hoch, Komm, Interessant, Natürlich, Sind ja neue Dinger gespawnt, Lass mich in Ruhe, Nein, Oh nein, Aha, Mach, Mach tot, Machen wir, Tatzen des Zorns, Na komm, Ey, Das gibt's doch nicht, Und, Natürlich, Komm jetzt, Oh, Der hast du schon kaputt, Naja, Ach, Der Damage, Haha, Tschüss, Ja, Drei, Ja, Bisschen was gekriegt, Instant Suppe, Nicht der zweite, Kommt auch noch, Okay, Dann, Hier raus, Passt, Dann können wir nämlich mit ihr, Hast du dir überlegt, Wie du mir helfen kannst, Sag es mir, Ja, Ich will dir alles tun, Sag es mir, Also, Ich kenne Magie, Mit der die Leute, Dich mit dem Meer sehen werden, Wirklich, Zeig es mir, Ah, War sie da, Ist sie da lang gegangen, Man sieht sie sonst kaum, In Alltagsklamotten, Ich brauche ein Selfie mit ihr, Ich werde ihr Handschütteln, Ein Autogramm holen, Und für einen Freund werden, Naja, Jeden, Sonst müssen wir sie finden, Okay, Sehen wir in die Seitengasse hier nach, Das ist wirklich schlimm, Sie kommen näher, Okay, Kau raus, Mein Yo-Kai, Vorwärts simpel, Yo-Kai-Medaille aktiviert, Lass mich dein schattenhafter, Superagent sein, Hier gibt es dich zu sehen, Nicht zu sehen, Man bemerkt dich, Dich gar nicht, Gepasst, Funktioniert das wirklich, Das funktioniert, Okay, Okay, Yo-Kai, Simpel, 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 Post, 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 Wow, Es hat geklappt, Ach, Jetzt kann ich mich entsparen, Aber hoffentlich ist es nicht, Prömer, Hat ja echt, Aber auch funktioniert, Sie wird glücklich, Wir sind hier fertig, Bis er wieder sichtbar sein möchte, Die zusichtbare, Abgeschlossene, Gut gemacht, Abgeschlossen, Ein paar Erfahrungspunkte, Und eine Bonus-Szene, Bingo, Und halt ein Tanzsternchen, Auch noch, Gut, Wir haben echt schon viel gemacht, Gehen wir mal rein, Okay, Meine Freunde, Würde ich sagen, Das war es erstmal mit dem Part für heute, Und im nächsten Mal geht es weiter, Denk mal, Das kriegen wir dann hin, Hä, Oder meint er nicht auch, Wird wahrscheinlich mal gucken, Ob ich Wanderkappe reinnehmen werde, Das ist eine gute Frage, 14 schon gesammelt, Hä, Aha, Sehr, Wanderkappe ist stark, Pfannes ist stark, Fleißig und mürrisch, Okay, Nehmen wir den mit, Okay, Gute Frage, Nehmen wir, Ob wir den mitnehmen, Ja, Ja, Den nehmen wir rein, Pfannes, Pfannes rein, Gute Frage, Gute Frage, Dann bin ich eigentlich zufrieden, Okay, Okay, Autschi, Jetzt Rang E, Er hat schon gute, Werte, Also stark ist er, Nur Tempo ist nicht so schnell, Aber stark ist er, Krass, 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 Kross, Krass, Die haben halt alle, Krassen Angriff für, Meere Leute, Deswegen, Aber, Pfannes, Pfannes kann reinhauen, Will ich schon gerne mitnehmen. Wäre interessant. Ob ich die Döse mal raushauen soll. Oder doch lieber. Komm, ich ho... Wir haben es da raus. Zuhand, so. Ja, das waren halt alles vorgleiche. Egal, wir wollen mal mit neuen Yogas probieren. Können meine Freunde, dann würde ich sagen, das war es erstmal mit dem Part. Für heute im nächsten Part geht es weiter. Bis dahin. Ciao.